Juli in Deutschland. Wir genießen das sommerliche Wetter draußen. Und zu diesem Anlass machen wir heute was leckeres, mediterranes aus dem Meer, nämlich gefüllte Kalamari. Wagt mit uns den Sprung ins kühle Nass. Was wir dazu brauchen, zeigen wir euch drin. Bis dann, Freunde. Ciao. Team Küchenturm, mal wieder in der kulinarischen Welt unterwegs. Wir bringen euch das Sommergefühl nach Hause. Gefüllte Kalamari. Jetzt hier wieder drin im warmen. Flori, was brauchen wir dazu? Endlich zurück in der warmen Küche. Wir brauchen frische Petersilie, Pesto, getrocknete Tomaten, Toastbrot, Kalamari Totano, Paprika, Knoblauch, Zucchini, Zitrone, Salt and Pepper. Viel Arbeit. Auf geht's! Diese wilden Jungen hier sind für euch genauso ein Rätsel wie für mich. Wie man die zubereitet, ich habe keine Ahnung. Aber bevor es gleich spektakulär wird und der Flori die Dinger hier zerpflückt, gibt es ein paar Hiwi-Arbeiten, die darf ich übernehmen. Flori, so sieht es aus, Leute. Manu, Würfel schneiden, Coutons rösten und dann hier den Wegerjungen. Auf geht's! Gebt der Flori Öl in die Pfanne und dann werden die geröstet? Genau. Bis zu welcher Farbe Flori rösten wir die? Wir müssen die aussäen. Schön goldbraun, damit die ein bisschen Farbe haben. Nicht zu viel. Schön dabei bleiben, weil die werden auch schnell schwarz. So wie ihr seht, die Coutons sind schön goldbraun. Jetzt geben wir die Tomaten noch hinzu, schwenken das Ganze einmal durch, lassen das noch für ein bis zwei Minuten ziehen und geben es dann in eine Schüssel und lassen es kurz abkühlen. Das ist der Duft, der mediterrane Duft. Wie mache ich die Dinger hier küchenfertig? Das fragen sich wahrscheinlich gerade alle, inklusive mir. Einmal aufs Brettchen legen, nehmen wir eine Schüssel für den Abfall. Jetzt wird es fies. Zack. So Fili mein Freund, können wir einmal näher. Hier ist das Rückgrat von dem Kalamari. Das löst ihr euch. Geht mit den Fingern da rein, löst das Ganze. Und dann könnt ihr herrlich, wenn es nicht funktioniert, die Innereien problemlos rausziehen. Könnt ihr es beiseite legen. Und das machen wir erstmal mit den anderen Kameraden. Genauso. Und wer das zu Hause nicht selber machen will, der kann sich die Dinger natürlich auch küchenfertig kaufen. Genau. Meistens macht der Fischhändler eures Vertrauens die auch fertig, damit ihr das ganze Theater nicht zu Hause habt. An was mich das jetzt erinnert, möchte ich nicht aussprechen. Aber die Jungs haben ja auch immer ein bisschen was zu sich genommen. Dementsprechend haben die jetzt auch noch einen bereits verdauten Inhalt. Ich drücke das mal ganz diplomatisch aus. Genau. Und den spülen wir ganz einfach aus. Ihr seht, was da rauskommt. Herrlich, dieser Meeresduft, oder? Wundervoll. Ist wie an der Nordsee hier, oder? So, wenn du hier mal reinfasst, guck mal her, merkst du hier, wie so ein Stück Plastik. Kriegst du das? Ja. Das ist das Rückgrat. Das löst du jetzt. Du kannst das noch. Hoppala. Da ist jetzt fliehende Gang. Ich hab's. Ich hab's. Guck mal her. Das ist ein bisschen Fummelei. Du kannst das denn, wenn's denn raus will, einfach so wunderbar hier rausziehen. Und fertig sind sie. Das ist doch auch so ein Überraschungsei. War das wirklich in dem Tier drin? Ja, das war. Wahnsinn. Wunder der Natur. Das machen wir jetzt bei den anderen Jungs auch noch. Und dann geht's wieder. Bevor ich meine Finger nochmal an irgendwelche komischen Tiere stecken muss, habe ich mir lieber Handschuhe angezogen. Safety first. Manu, jetzt siehst du, haben wir hier noch so eine Haut drauf. Ja. Die können wir jetzt noch wunderbar entfernen. Dann können wir die wunderbar abziehen. Du kannst ja ruhig den Echsen irgendwann anfangen. Ja. Flutschi, ne? Flutschi, flutschi. Das klappt ja super mit Handschuhen. Kann ich dir einen Tipp zeigen, mein Freund? Am besten keine Handschuhe anziehen. Keine Handschuhe anziehen vielleicht, aber du kannst das auch hier wunderbar mit dem Messer so abkratzen. Jetzt sehen die sauber aus hier, die Dinger. Ich guck da nochmal rein. Ha! So, das Fensterleder ist sauber. Wichtig auch hinten am Schwänzchen auch die Haut entfernen, damit das alles genießbar ist. Manu, zum Schluss haben wir noch eins. Was ist los? Was ist passiert? Stopp. Okay. Ja, alles klar. So, Manu, jetzt haben wir hier das Köpfchen noch. Ja. Kann man hier auch nochmal, wenn du hier mal siehst, hier sind die Äuglein. Und hier ist so ein Knorpel drin, ne? Ach ja. Phil, kommst du einmal näher? Oh Gott. Hier ist so ein kleiner Knorpel, den kann man fühlen. Manu, das ist ganz wichtig. Fass mal hier drauf. Fühlst du den Knorpel? Das ist ein Kügelchen. Das ist so ein Kügelchen. Merkst du das? Ja, ich mag das Kügelchen. Jetzt schneide ich das an und dann könnt ihr das rausziehen, trennen und jetzt sind die komplett gereinigt. Hier ist die Tinte drin, kannst du morgen. Dann füllen wir nochmal mit auffüllen oder wir schmeißen dann ganz einfach weg. Man könnte meinen, er wäre auf hoher See gezeugt worden. Das ist unglaublich, was der hier mit dem Meeresketier anstellt. Ja, weiter im Dienste der Wissenschaft. Dieses Ding wurde jetzt fachmännisch zerlegt und jetzt wird es gefüllt. Genau. Wir machen die Füllung fertig. Dann brauchen wir die Schüssel. Pesto? Die oder das Pesto? Ich glaube es ist das Pesto. Das Pesto? Das Pesto, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Übrigens, hier dürft ihr auch ausnahmsweise mal Gekauftes nehmen. Oder sage ich jetzt was Falsches, Flori? Ne, haben wir auch gekauft. Wir können aber gerne mal ein Video machen, wo wir Pesto selber machen. Oh, gute Idee. Schreibt es gerne mal runter, wenn ihr das sehen möchtet. Ihr könnt mal ein paar verschiedene Varianten machen. Genau, oder? Und jetzt richtig schön kneten. Jetzt, ne? Dafür sind die Handschuhe da. Und sowas mag ich gerne. Zutaten, die ich kenne. Richtig feste. Zerkneten und Zermanschen. Ich schwörte das zwischendurch. Gut, Manu. Das Eckige muss ins Runde, ne? Oder wie heißt das? Das Runde muss ins Eckige, ne? Aber, naja. Der ist jetzt gefüllt. Und wichtig ist, dass ihr oben den Rand so ein bisschen frei lasst, weil das zieht sich gleich zusammen, damit die Füllung auch wirklich drin bleibt. Aber der muss jetzt so richtig prallen. So, Freunde. Stilecht wandern unsere gefüllten Kalamare jetzt auf den Grill. Fünf, sechs Minütchen von jeder Seite. Während der Mann draußen grillt, braten wir die Köpfe an und machen ein leckeres Knoblauch-Kräutersüsschen dazu. Knoblauch schneiden. Frische Petersilie grob klein schneiden. Die Drohne brauchen wir auch gleich. Die Drohne brauchen wir auch gleich. Den Knoblauch hinzugeben. Und mit frischer Zitrone ablöschen. Als kleine zusätzliche Beilage machen wir ein bisschen gegrilltes Gemüse. Dafür haben wir uns Zucchini hier in schöne dicke Streifen geschnitten, die ein bisschen eingeölt. Die kommen jetzt mit auf den Grill. Und so ein paar kleine leckere Bratpaprika. Die kommen auch, so wie sie sind, mit auf den Grill. Unser drei Kanonen sind fertig. Gemüse angebraten. Lecker, lecker. Und jetzt? Knoblauch-Kräuter in der Pfanne. Zaubert der Flur euch auch ein schönes Tellerblit dazu. Das frisch gebratene Gemüse. Ein bisschen Öl. Etwas Salz. Köpfchen mit drauf. Bratener Knoblauch. Die Kräuter. Etwas Zitrone. So ihr Lieben, Essen ist fertig. Wenn euch das Ganze gefallen hat, haut die Glocke. Euer Flocke und euer Manu. Denkt dran. Abonniert unseren Kanal. Schreibt gerne was drunter. Liked das Ganze. Teilt das Ganze. Besucht uns bitte auch auf Instagram. Alles, was man so machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Ciao. Ja, Freunde. Hatte heute ein Video, was mich fast bis an meine Grenzen gebracht hätte. Meeresfrüchte und Gemüse. Naja. Ihr kennt mich inzwischen. Nicht ganz für mein Fall. Und auch noch mit ordentlich Gemetzel. Aber, ich vertraue ja unserem Flur inzwischen. und trotzdem probiere ich, was er sich hier hat einfallen lassen. Wie immer die schonungslose Wahrheit, gefüllt Calamari à la Flori. Wenn er nichts kann, aber kochen, dann kann er. Gute Nacht, Florian. Wahnsinn! Ich und der sind bestimmt. Ihr Borgens, dem sowas aufwacht. Das kann der harte Wille sein. Das war ein Takeover, oder? Also vor allem, überbleiben. Nein, das ist das. Ich kann mir nicht mehr, wenn ich die Lüge habe. Es ist ein Blatt. Es ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Der ist ein Blatt. Der ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Papa! Papa-da-papa!